Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Grüezi zum Schweizer Zeit Aktuell. Wir fragen uns, was müssen wir uns eigentlich noch beuten lassen von Bundesbern an Anordnungen? Jetzt kommt ein Herr Salaté, der ist da Mitglied der Taskforce und erzählt, wir sind im Blindflug, wir wissen nicht, was da mit dem südafrikanisch-englischen Mutation vom Virus passiert, klar ist, die Stilllegung bleibt. Ja, hat das ein Berater vom Bundesrat zu sagen? Der soll den Bundesrat beraten, der hat nichts zu suchen vor den Medien. Wenn der Bundesrat das nicht endlich abstellt, dass die Taskforce-Leute ihre Eigenpolitik machen, dann zeigt er damit seine totale Unfähigkeit, eine Krise zu meistern. Was heisst das? Das heisst, dass der Herr Professor, wohlbesoldet aus der Öffentlichkeit, sagt, Tausende oder Zehntausende, die bei Treibsälen nach wie vor stillgelegt werden sollen, Opfer bringen, vernichtet werden. Er da selbstherrlich verzapft das. Das ist einfach in keiner Art und Weise akzeptierbar, richtet einen unglaublichen Schaden an in diesem Land. Es gibt eine Aufforderung bei allem, was passiert. Wir sind nicht im Blindflug, sondern die Behörde, der Bundesrat hat dafür zu sorgen, dass jetzt die Bevölkerung geimpft wird. Er sagt es ja selber, das sei das Mittel. Das muss jetzt sein und alles andere unterbleibt, ist überflüssig. Und genau dort zeigt der Bundesrat sein totaler Versagen. Ein Organisationsdesaster schöner nützt dir nichts. Dabei weiss man seit einem halben, seit drei Vierteljahren, dass das die Massnahme ist, die klappen muss. Frau Levi, die neueste Chefin des Bundesamts für Gesundheit, bemüht sich bei Medien um Einfluss, damit niemand mehr berichtet, dass sie in einer komfortablen Achtzimmerwohnung hausen. Sie will sich profilieren, indem sie sagt, bei uns dürfen die Mitarbeiter noch den Hund mitnehmen ins Büro, damit die Stimmung verbessert. Also was müssen wir unsere Unfähigkeit hier noch beuten lassen? Es gibt jetzt nur eins. Das Parlament muss auftreten. Und das Parlament muss sagen, Schluss mit besonderer Lage. Schluss mit Spezialkompetenzen des Bundesrats. Das Parlament, der zuständige Ort für Entscheidungen, sagt wieder, was jetzt passiert. Und die Unfähigkeitsdiktatur von dieser haben wir genug. Danke vielmals. Vielleicht gefällt Ihnen auch noch etwas ein. Sagen Sie es uns. Wir sind gespannt.